Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden zuletzt 17.767 Fälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Das sind rund 3.100 mehr als am vergangenen Sonntag. Damit ist den 3. Tag in Folge der Vergleichswert der Vorwoche übertroffen worden. Außerdem verstarben weitere 255 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung. Das sind fast 100 mehr als vor einer Woche gemeldet. Die Corona-Pandemie bringt manch deutsche Kliniken offenbar an die Belastungsgrenze. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, GAS, sagte der Welt am Sonntag, In Ländern wie Sachsen müssten 5-mal so viele Intensivpatientinnen und Patienten versorgt werden wie im April. Der Versorgungsaufwand bei Covid-19-Erkrankten sei deutlich höher als bei anderen, so GAS. Deutschlandweit sind nach offiziellen Angaben mehr als 4.000 Menschen wegen Covid-19 in Intensivbehandlung. Das sind etwa 40 Prozent mehr als im Frühjahr. Als Konsequenz aus der Entwicklung bahnt sich in Bayern, wie bereits in anderen Bundesländern, eine Verschärfung der Corona-Regeln an. Ministerpräsident Söder sagte der Bild am Sonntag, man könne die hohen Todeszahlen nicht hinnehmen. Bis Weihnachten zu handeln sei besser als ein dauerhaftes Stop-and-Go für die Bevölkerung. Das Bayerische Kabinett berät heute in einer Sondersitzung über schärfere Maßnahmen. Kanzleramtschef Braun hat den positiven Nutzen der Corona-App betont. Der Welt am Sonntag sagte er, inzwischen hätten mehr als 100.000 Nutzer einen positiven Test geteilt. Gehe man von durchschnittlich 15 Kontakten aus, seien durch das Tool mehr als 1,5 Millionen Menschen gewarnt worden, so Braun. In Rumänien hat die Parlamentswahl begonnen. Etwa 19 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es wird ein enges Rennen zwischen der liberal-konservativen Minderheitsregierung und den Sozialdemokraten erwartet. Seit der vergangenen Wahl hat es mehrere Regierungswechsel gegeben. Zuletzt wurden die Sozialdemokraten 2019 von einer Korruptionsaffäre erschüttert. Der noch amtierenden Führung wird unter anderem ein nachlässiges Corona-Management vorgeworfen. Etwa 12.000 Menschen sind bereits im Zusammenhang mit Corona gestorben. Andockmanöver im All. Ein Modul, das auf dem Mond gelandet war und dort Gesteinsproben gesammelt hatte, konnte sich erfolgreich mit einem unbemannten Raumschiff einer Rückkehrkapsel verbinden. Danach wurden rund zwei Kilogramm Mondgestein umgeladen, die von der Kapsel auf die Erde gebracht werden sollen. Die Mission des chinesischen Raumschiffes Chang'e 5 gilt als wichtiger Schritt im Weltraumprogramm des Landes. Und hier die Wetteraussichten. Im Osten zum Teil sonnig, sonst meist dichte Wolken oder auch Nebel. In der Westhälfte sowie in Alpennähe gebietsweise Regen oder Schneefall. Höchstwerte von 0 bis 12 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 10.45 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.